Na alle zusammen, ich hier ist wieder Hachala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achieving Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Partherapie und für dieses Achievement müssen wir dafür sorgen, dass Millhouse und Maleficent sich mit jedem Wirken von Schattenfuhrrohr und Fingerlaser Echo Extreme gegenseitig treffen und bezwingt die Mana Sturms auf der anderen Seite auf den Fähigkeitsgrad mythisch anschließend. Was sind das für Fähigkeiten und was müssen wir genau machen? Wir haben immer einen aktiven und einen inaktiven Boss und wenn wir jetzt hier mit Millhouse anfangen, dann castet Maleficent diese Fähigkeit Fingerlaser Echo Extreme und das ist einfach ein Zauber, wo erstmal zwei Spieler ein rotes Mark drüber bekommen, so ein Pfeil, und diese beiden Spieler müssen sich dann auf zwei Seiten vom Boss aufstellen. Ihr seht, hier haben wir dieses Mark auf zwei Seiten und dann wird zwischen denen hier dieser Laser durchgezogen und wenn der Boss da in der Spur steht, wird er gestunt und dann haben wir das erste schon mal erfüllt. Die zweite Fähigkeit ist dann Schattenfuhrrohr und das ist dann, wenn Maleficent unten ist und die castet dann Millhouse. Und hier ist es so, dass dann auch in dem Fall ein Spieler einen Mark draufkriegt und dieser eine Spieler hat dann so ein blaues Mark drauf, hat einen Kreis um sich rum und da muss einfach der Boss in dem Kreis drinstehen, dann wird er auch wieder gestunt und wenn ihr beide Fähigkeiten einmal in einem Fight quasi auf die Bosse draufgehauen habt, dann kriegt ihr das Achievement. Bei uns hatten hier tatsächlich schon alle den Erfolg, wir haben den zweiten Boss jetzt tatsächlich auch zu schnell umgebrezelt, dass dementsprechend die zweite Fähigkeit nicht kam, aber einfach darauf achten, wenn ein Spieler dann quasi beim zweiten Boss, also beim Maleficent einen blauen Pfeil drüber hat, zum Boss laufen und dann dementsprechend den Boss damit stunnen. Das waren soweit eigentlich die Fähigkeiten für das Achievement und ja, damit wären wir am Ende von einem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.